so jetzt schauen wir ob gleich auch der stream wieder am start ist mcclennium magic mysteriösenes so wir müssen erst mal steam starten ja schon wieder dieses heutige fähnchen der mütze scheißegal gelastet jetzt reicht mir eine fähnchen rausgucken will dann guckte fähnchen raus es ist so es ist so so passiert hier kauft du die nein kauft du die reine mit gestartet ich will ja mal stimmt die wollte gucken was haben wir hier wollen kurze news aber vor reingeht alle die militante veganerin polarisiert jetzt auf twitch wer ist die kontroverse aktivist sind raffaela raffaela so ein schöner name raffaela raab so ein schöner name die trotzdem werde ich meine hühnchen weiterhin essen so als bei die jetzt haben ich habe keinen bock auf alle mancher auf mangelerscheinung angelerscheinung ja ich angle auch man so vermisst mir das nicht es ist so es ist so freunde es ist so so wir werden gleich schauen und bei ihr am starter mit battle royale eine runde und zwar ein cooles vierer wohl wahrscheinlich professionell abkacken werden aber zuerst so zu kleinen news zurück alter die 27 jährige raffaela polarisiert und so weiter bereits auf tik tok und blablabla und so weiter was haben wir dann noch eine österreicher ist ja klar die sind ja standard hart drauf die gar der weiß da bescheid so die sagt von sich ärztin zu sein und in einem krankenhaus zu arbeiten heilige mutter alter hoffentlich komme ich nie das krankenhaus von der bekannte bekanntheit erlangte sie vor allem über tik tok und so wo sie ihre virus wo ihre videos teilweise millionen aufrufe erreichen neben ihren auftritten auf allen gängigen sozialen netzwerken und sogar im deutschen fernsehen ist die aktivistin nun auf twitch unterwegs und eckte dort bereits an ihr normal normal ist ja klar außerdem aber man muss ganz ehrlich sagen man eckte heute mit allem scheiß an mit allem scheiß es spielt keine rolle mehr um was es geht alter es ist scheißegal ihr eckt mit allem an mit allem ja es spielt keine rolle was ihr schreibt kommen sofort irgendwelche radikalen aus allen kategorien aus allen kategorien so die verunglümpfung vegan lebender menschen und so die angeblich andere von ihren lebensweise aufzwingen wollen die 27 jährige schon 27 hätte jetzt nicht gedacht wurde offenbar so oft militant bezeichnet dass sie den begriff zu ihre markenzeichen gemacht hat krass digga oh mein gut immer noch warum ist diese kontrovers die aktivistin für tierwohl möchte die menschen überzeugen auf tierische produkte zu verzichten bitte alter wir menschen sind fleisch fressen was alter noch nicht mal milch noch nicht mal eier dabei sind die so wichtig vor allem eier und milch alter und honig gerade honig junge ist so wichtig auch wo mein gott für viele handelt es sich nicht um eine spezielle ernährungsform sondern um eine lebenseinstellung die verzichten also so weit wie es möglich ist auch produkte und andere nöscher digga 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 ganz schlimm alter gegen argumente lässt die aktivistin kaum zu alter es gibt so viele leute die allergisch sind gegen dieses dreckige vegane futter es gibt so viel scheiß alter das wird gestreckt mit wirklich dreck ohne ende chemie pulver da wird zeug rein geballert ohne ende was nicht gut ist für den körper steht aber fett vegan drauf und so weiter und die veganer essen das und so oft hat lege auch in den öffentlich rechtlichen das essen nachgekocht und hat gesagt das ist alles minderwertiger dreck man ist dreck ja die veganen produkte sind schmutz zum großen teil ist das dreckiger schmutz es ist wirklich so ja also deswegen würde ich da die finger von lassen muss ganz ehrlich sagen würdest du die tiere auf selbst töten ja na klar habe ich auch schon gemacht habe man so im betrieb gearbeitet und außerdem wenn du angelst dann musst du ja sowieso das tier töten mit fisch ist ein tier alter klar da machst du ist doch klar damit sich der fisch nicht quält schlägt dem instant die omme weg und wenn er zu hause ist und so weiter wird er schön zubereitet natürlich werden vorher den reihen erst mal auf dort aufschneiden dann einmal mit so einem griff aus mit einem griff hast du es denn und fertig ist ja ist scheißegal digga man natürlich hat man dadurch wenn man das selbst macht einen höheren respekt vor dem tier und so weiter es ändert aber nichts daran dass man sich halt nach wie vor so ernährt also verstehe ich jetzt nicht ja ich glaube viele hätten probleme eine kuh zu exekutieren oder so weiter aber man muss ganz klar sagen oder ein schwein das ist auch nichts aufregendes guckt euch einfach mal fleischereif betrieb an der macht livestream zum beispiel ich weiß jetzt nicht genau wie er heißt das ist in tik tok und so weiter und da wird genau gezeigt wie macht man mit einem griff so die innereien raus wie schneidet man es sauber aus vorher schon vernünftig ausbluten lassen mit allem drum und dran und so weiter das ist tatsächlich gar nicht so eine aufregende sache ja viele denken das ist wahrscheinlich irgendwie irgendwie horrortechnisch behaftet oder so aber das ist was ganz normales und korrekt ist das machen wir seit uhrzeiten das ist essentiell für unsere ernährung und für unsere weiterentwicklung dass wir fleisch essen und nebenbei natürlich darfst du auch einen salat essen dies und das beilage aber fleisch gehört definitiv dazu alles in maßen das ist extrem wichtig egal um was es geht wenn man zu viel von etwas nimmt dann wird selbst das positive zu einem negativen das ist auch bei zum beispiel vitamine ja was in pillenform am start ist wenn man keine kann man keinen mangel hat dann sollte man auf gar keinen fall vitaminpillen zu sich nehmen ihr könnt denn nicht vorbeugen weil ihr habt ja keinen mangel was wollt ihr denn da ausgleichen und vorbeugen kann man nicht man kann nämlich nicht einfach tausendmal mehr vitamine essen damit es einem dann besser geht oder so das funktioniert so nicht sondern das kann sogar den innereien schädigen deswegen alles in maßen und auch nur was vitamine angeht wenn der körper es verlangt und so wenn mangelerscheinungen sind vielleicht dann ausgleichen aber ansonsten ganz normal sich ernähren und abwechslungsreich ernähren ja aber hühnchen fisch und so weiter kuh leber von von am besten auch von wildschwein und so weiter dies und das das ist alles gut und wichtig und richtig und so weiter und wenn man sich zum beispiel mal die gute hemmel milch anschaut aus der uckermarke zum beispiel ihr könnt wenn ihr wollt jeden tag in die uckermarke gehen ihr könnt die kameras dort anschauen die kühe sind glücklich digger nur so ein beispiel ja sie stellt es immer so hin dass die tierprodukte irgendwie unter qualen rausgezogen werden aus den tieren oder so das stimmt gar nicht alter weder bei den bienchen weder bei den bei den kühen und so weiter natürlich gibt es solche fälle ja aber in vielen fällen könnt ihr auch wirklich sehen wie bei der hemmel milch und so weiter die sind jeden tag draußen sind fröhlich muh kommen sogar nah genug manchmal vorne ran so dass man ganz zart sich streicheln kann sie sind denn auch ganz glückliche vernünftige kühe und so weiter zwinkern einem zu das ist alles nett und freundlich das ist alles in ordnung es ist alles super ja es gibt immer mal wieder so horrorsachen das ist aber nicht der standard horror ist nicht der standard wollen wir ganz klar sagen deswegen sollte man sich da auch wirklich hart zusammenreißen und sollte nicht jeden scheiß glauben und so weiter man sollte da nicht jeden scheiß glauben ich sag es wirklich so wie sie ist ja und damit starten wir in die erste runde mit warzone meine freunde warzone vierer wiederauferstehung it's time for resurrection it's time digi dann haben wir gleich unseren 30er voll auch sehr schön die und gerade hier ob irgendwas neues interessantes am start ist und 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 So, sind wir am Start. Schauen wir mal, wen wir im Team haben. Es geht los, Freunde, der ist guten Geschmacks. MacColennium7, der beste Team aus Berlin, Magic, Mystery Awesomeness und Call of Duty. Boom, Digi! It's time. Es ist so. Ihr seht, dass es so ist. Kriegt man den Cursor? Nein, sehr schön. Ja. Alter, du sollst auf das Ding steigen. Da, 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 I love it, jeet. Ich liebe das, ey, das. Ich liebe das. Daneben, daneben. Nein! Ist egal. So, Boot ist am Start. Was ist denn das hier, Alter? Motor ist kaputt, oder was? Hilfe, Hilfe! Ich bin auf Grund gelaufen. Ne, doch nicht. Höllebester, Alter. Sieht so schön aus. Beautiful, beautiful. Steuerung ist nicht so kräftig gewesen gerade. Wir sind am Start mit... MacCleanium7 von Twitch. CR Checklips. Gostas Dexios. Und... Anas, Digi. Anas, Ananas. It's time. Nanananana. Nanananana. Wie, oh, witzig, hab ich jetzt den Text vergessen. Nanananana. Das ist der Herr Weißbrot. Ich hab den Text vergessen. Nein. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst halt, die Kenner. Die Kenner wissen, was ich meine. Es ist so. Es ist so. Kopfgeld. Kopfgeld. Ich hab eine Drohne in der Luft. Easy. Guck dir das an. Alle Kopfgeldziele ausgeschaltet. Gut gemacht. Geil, Digga. Na, das nen ich mal top, Alter. Das ist top. Ja, gleich mal weiter hier. Action. Action, Mann. Er grüßte Held in deinem Welt. Action, Mann. Ich hab eine Bombedrohne. Mittelkaliber-Position. Feindliche Drohne aktiv. Geil. Die Drohne ist aktiv. Scheiße, wo ist denn der Shit, ey? Mach mal weg, so umständlicher Kack. Der Kack, Digga, der Kack. Jagdauftrag, ihr. Wo sind die Typen, Alter? Geil wieder ein. Gut gemacht. Mikroruckler wieder. Verstärkung ist unterwegs zu dir. Einzel, landet im Einsatz. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nene, 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 nene. Nene, 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 nene. Oh. Kaputte Leone, Digi. Weißt du? It is time! Er muss sein! Er muss rein! Jajajaja! Digi, 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 digi. In dem Balkon. Willkommen Berlin, Digga! Ist so, ne? Ist oft in Berlin paschiert War auch ein geiles Thema mal, ne? Du guckst, du guckst rein in andere Dinge Und dann siehst du die nackte Pärchen Hey, was geht ab? Keine Gardinen am Start Nichts, die wollen einfach nackt gesehen werden Und ist interessant, Alter Ist interessant Der Feind nähert sich, Alter Awesome Ein Pärma am Verrecken, ne? Ich suche jetzt drei Stunden Und werde gleich verrecken, Alter Gleich verrecken Wargen, Bro, Wargen, ich sehe das scheiß Ding nicht Wieder abwählen, weil ich es nicht sehe Das Team hat es in die Sicherheitszone Dein Druckmitglied ist wieder in Position Gute Arbeit Was soll ich machen, weil ich es nicht sehe, dann sehe ich es nicht Die Scheiße ist unter mir, ey Verstärkung ist unterwegs zu dir Feindliche Drohne in diesem Sektor Unterwegs Ja Ist halt Warzone, ne? Mir hat sich Gameplay sinnloser angefühlt wie ein Warzone, halt, ne? Weil du einfach Instant Down bist Du bist einfach Instant Down Drei Panzerplatten, keine Panzerplatten Das spielt keine Rolle Du bist Instant Down Deswegen verstehe ich das Panzerplattensystem nicht Warum gibt es Panzerplatten, wenn die so gut wie keine Auswirkungen haben? Ist egal 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 keine munition meine ich bin ja so froh dass ich in dem alter bin dass ich mich nicht mehr aufrege aufgrund dieser ewigen erfahrung die ich gemacht habe in den 20 jahren zocken digga ich sag so wie das ist dann schon doch befreiend wenn man sich halt nicht mehr aufregt sondern man geht einfach ins nächste game rein und was ist das alter dmr schon wieder alter bohrladung dmr und schüsse aus der hüfte alles klar bohrladung dmr wir nehmen dmr dann gehen wir gucken auf bohrladung fertig und damit laufen wir jetzt rum das heißt wir werden jetzt erst mal wieder abkacken weil wir logischerweise eine waffe zocken die uns keinen spaß macht und die wir auch nicht spielen können aber wir müssen es tun wegen der quest so ich gehe aber trotzdem ab und zu auswärts essen mit kollegen weil sonst hätten die ja gar keine kunden mehr viele haben nur noch wenig geld thema war gerade zum beispiel in twitter wie viel trinkgeld gebt ihr sagt ich selber keins ne ich meine es gibt so viele jobs wo du eine geringe bezahlung bekommst aber du bekommst kein trinkgeld von nirgendwo ja deswegen sage ich ganz ehrlich wie bild wie wieso bilden sich manche überhaupt ein dass trinkgeld standard wäre trinkgeld ist kein standard und erst recht nicht in der zeit wo viele leute arm sind herrschaft du herrschufs zeiten gebe dir deckung charlie gesichert wir haben die flogen übernommen wir nehmen bravo ein wir verlieren alpha ich bin sicher meine xp sind so safe digger zack 500 punkte mehr collenium diggy ich denke wir werden nur die c und b verbündete drohen im einsatz wir verlieren bravo feind nimmt bravo ein geschockt das uuuh hinter dir 2 zielobjekte gesichert Mega. Scheiße, Alter. Wir verlieren Charlie. Charlie führt dich online. Der Feind hat Charlie. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wer ist der Typ, Alter? Ja, mach diesen Scheiß-Geräusche, Digga. GT, Digga. Ein Take, ey. Oh mein Gott. Ja, dann nicht. Alter, jetzt konnte ich die ganze Zeit nichts tun wegen dem Scheiß-Muten, Junge. Also das wird schwer, Alter. Hiermit killst du mal so viele. Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte. Feindliche Drohne über uns. Ja, weil mein Team schon wieder kacke ist. Diese verschissene Waffe. Und dann haben wir auch noch einen inaktiven... Ich dreh hier durch, Junge. Feind sichert Alpha. Warum erobert denn keiner? Charlie wird gesichert. Aktiviere Wege. Ich hol mir jetzt nur A und C, Alter. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Zielobjekt Charlie... Im Wegen, Alter. So, jetzt geh ich wieder auf A. Scheißegal. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Bravo wird gesichert. Zielobjekt Bravo gesichert. Oh, la la. Pas bouger. Bougi. Bougi, Diga. Warte, haben Bougi gesagt? Was ist denn da los? Bougi, 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 Bougi. Wir nehmen Alpha ein. Feind nimmt Charlie ein. Ich passe auf deinen Rücken auf. Wau, wau, wau. Atthththththth, was so? Hört sich lustig an. Wau, wau. Und ui, 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 Diga. Wau, wau und ui, ui. Wau. Das ist mir hier zu viel, Diga. Das ist mir hier zu viel, Action. Action, man. Der größte Held in deinem Welt. Action, man. Ja, Diga. Fertig. Ah, was ist jetzt mit den Sprengminen, Alter? Wir können jetzt zwar umswitchen, aber ich brauche die Sprengminen da. Da muss man ordentlich... Die Map eignet sich auch nicht so gut dafür, das hier zu verwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werden wir das jetzt anders regeln. It's time. So. Was war das Ziel? Guck, so sieht es aus. Der Feind gewinnt an Boden. Drängt ihn zurück. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Regenier Munition ab. Ich bin hinter... Wir kontrollieren Charlie. Achtung, Sensei. Oh, Diga. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Konterdrohne aktiv. Feindlicher Charlie. Diga, wie gerade... What the fuck, Alter? Der Raid ist real. Alter, hockt der da an seiner Scheißmauer, ey. Hammerhart. Feindliche Aerosolbomben bei eurer Position. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne aktiv. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Charlie wird gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Charlie gesichert. Wir nehmen Bravo ein. Gebt ihr Rückendeckel. Wir verlieren Charlie. Wir halten alle Zielobjekte. Verteidigt sie. Ah, jetzt könnte die Bohrmine funktionieren, aber... Nein! Ich habe aufgehört zu schießen. Weil ich habe gedacht, das reicht. Oh. Die Schmerzen, Diga. Die werden stärker, Alter. Wir nehmen Charlie. Easy. Double Shot. Nein! Nicht doch einen Millimeter vor meinem Ziel, Junge! Mit mehreren, das sehe ich jetzt schon. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Wir haben einen. Weißen Schuss. Schockladung ist raus. Feindliche Drohne über uns. Achtung! Dieser Sektor ist umkämpft. Siehst du raus wie so ein Schockstab, Alter. Du hörst nur Ballern, aber keine Schritte, das ist wirklich so. Ach, das ist ja niedlich. Er ist bei dem Gebäude hier, glaube ich. Waren wir sicher, dass der im Gebäude kämmt? Ich sehe nichts. Was war der? Okay. Ich muss sagen, er hat Glück gehabt, ne? Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Der Typ mit seinen 3 HP, Alter. Unser Red, markieren wir gleich mal. Können wir die Kollegen nicht sehen, das ist unser. Es ist gut, es ist safe. Das Team ist sehr gut, Alter. Er traut den Jet in einer Sekunde weg. Wir wissen was zu machen. Aus der Hüfte, Achtung war aus der Hüfte. Es ist gut, es ist gut, Bro. Es ist gut. Oh, guck mal da oben. Oh scheiße, schon wieder A weg. Er kommt jetzt aus seinem Fensterchen raus und dann rein da. Nice Team, GG. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Das war eine gute Runde. Ah, ihr seht. Andere Waffe am Start und sofort, Alter. Geht's wieder los bei mir. Oh, Platz 1, Maculennium, Diggi. It's time. Guck dir das an, Alter. So muss das sein, Alter. So muss das sein. So, jetzt schnell anpassen. Die Standardkonflikt, die ich hier verwende. Und zwar brauchen wir jetzt die Bohrladung. Genauso wie bei der P90, wir die Bohrladung benötigen. Und vielleicht sogar beim Lila die Bohrladung rein. Fertig. Küsse aus der Hüfte und Bohrladung. Stopp. Puh. Da ist aus der Hüfte easy. Aus der Hüfte easy. Da gibt's keine Probleme. Das war der Hüfte aus der Hüfte. Also habe ich das mit ihr versucht. Für die Hüfte zu tun. Und was. Das war das jetzt. Vor der Hüfte. Die Hüfte. Das war das ganz gut. Das war das war das. Was war das. Ich glaube, ich habe jemanden getroffen, oder? Blinde-Age-Shot, McLean7, es ist Zeit! Achte, das Haku-Seroberung, lol, das habe ich gar nicht mitbekommen. WTF? Ich habe gedacht, das Deathmatch. Was? Das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Das macht die Sache natürlich schwierig. Das war gerade aus der Hüfte schießen. Was? Das ist ja auch noch. Egaaa Ja, das ist diese Shotgun, ne? Mit mir hier durch, Alter! Ja, ich sehe den an der Kiste, aber ich kann nichts machen. Nein, Digga! Naja, das hat kleine Mäcken. Jaaa! Was ein Lacker! Ja, das ist ein Lacker! Jaaa! 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 Was sagen? Gehst du heute noch down, Digga? Jaaa! Ich sehe nix! War ich noch am Start, oder? Nein! Nein! Die Waffe war leer! Digga, das ist ne Höllenrunde, Alter! Den Modus hier auf der Map, ey, das ist... Jaaa! Jaa! Jaaa! 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 Na, muss das wirklich so sein! Jaa! brenne alter i'm too hot for shit bro oh mein gott die haben es wirklich geschafft nochmal einen zweiten Mann zu holen das war das war das war die hier Das war ein Kopfschuss, oder? Headshot, Bro! Headshot time! Ich seh nix. Alter! Geht das ab? Alter! Sechs Grad plus und ich knieße hier die ganze Zeit. Was ist denn los? Ich seh nix! Ich seh nix! Malhin lange bis zuletzt ausgehalten. Beide ich! Oh! Ich seh nix! Ich bin von denbei. Ich bin von demdaten! Ich bin von dem Motoren! Ich bin von dem Motoren! Ich bin von dem Motoren! Bist du völlig vergrüßt? Ich habe noch keine Spiele! Feindliche Drohne in der Luft. Unerwartet auf der Führung. Ach bitte, auch der Wunsch wiederkommt. Verstand. Drohne Kreise im Einsatzgebiet. Aufklärung online. Verstand im Einsatzgebiet. Aufmerksamkeit! Verstand im Einsatzgebiet! Die Flügel ist offline. Sie sind bereit, handliche Drohne in diesem Vektor. 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 Das ist krass. 2 Level gemacht. Irre, Digga. Noch 23 Minuten. Gönnung, Digga. Gönnung. claymore wo 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 claymore alter ich brauche claymore schnell umstellen wieder ok das ist der zweite skill claymore hier da und eine schöne hier erst mal nicht und schnell rein ins match ding 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 d die 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 Ist aktualisiert. Zur Stellung gegeben. Stellung. Ob ich am Boden versehter geworden bin? Das ist ein One-Shot-Teil. Aber fliegt ja irgendwann wird es nicht wie ein Geräusch, Alter. Stellung überlegt. Fliege geht sicher. Bezimmerung. Jetzt ist es vorbei. Egal. Synchrones Nachladen. Das hast du selten. Wir sind in Führung. Unsere Drohne umkreist das Gewicht. Stehen die da an der fucking Mauer, Alter? Ja, du Schmutzvieh, Alter. Der Ort aktualisiert. Die Stellung einlegen. Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Wollte ich gar nicht machen. Jetzt ist mein Ding weg. Okay. Okay. Bis dahin gehen. Das sind die W偶 und Schmutz. Jetzt sind die brauche. Das sind die Dauer. Die sind die Tüge. Die sind die Waffen, Alter. Das ist der Weg. Ja, ich bin nie zu烈. Das ist die Waffen, Alter. Ach, unten ist der. Ich habe gedacht, der Ball hat irgendwie aus dem Fenster. Oh, Digga, Tomaten auf dem Auge vor der Wind, naja, egal. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feinde innerhalb des Gebietes. Hinter dir. Die Stellung wird verlegt. Ich bin getroffen, wechsle das Magazin. Geh mit Deckung. Habt ihr Trophy-System ausgeschaltet? Ich bin getroffen, wechsle das Magazin. Geh mit Deckung. Habt ihr Trophy-System ausgeschaltet? Was ist das, Alter? Als ob man manchmal einen Turboschub bekommen würde. Geh mit Deckung. Ihr habt die Mission zur Hälfte geschaffen. Bleibt wach da. Feinde innerhalb des Gebietes. Scheiße. Diese kacke Einschuss-Scheiße, Alter. Geh mit Deckung. Bleib hinter dir. Ach der ist da ne OMG Digga Her damit Digga, mein Ding wurde nicht hingelegt Nein Nein Oh Scheiße Ich bin so hart, ich fahre Oh jee Wechsle das Magazin Ich würde sagen, sieht gut aus Die Stellung wird verlegt Bereithalten Stellung kontrolliert Achtung, dieser Sektor ist unkühlt Wir sind auf der selben Seite. Wir sind auf der selben Seite. Wir sind auf der selben Seite. Feindlich in Truppen bei der Stellung. Erbitte Aufklärung überfluten. Verstanden. Produs on the time. I clean up this shit bro. It's time. Wo kam der Kack? Das tatsächliche Sehen. Oh. Keiner von unseren Kollegen. Okay, das mache ich ihm. Ich. Hat die Lunge funktioniert? Hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir jetzt. Ich glaube, ich kann fliehen, diese Zeit, ich fliehe so hoch, oh, ich fliehe so hoch, ja, 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 ja. Es ist unglaublich, Bro. Fly with me to the stars tonight. Oh nein, da ist der Sieg wieder safe, Digi. Da ist der Sieg wieder safe. Genau so muss es sein. Magic Mysteriousness am Frühmorgen, Digi. Am Frühmorgen. Das war zwei, Digi. Wuh, ordentlich, Alter, ordentlich. 3-3-3, it is time, you can call me every time. 3-3-3, come on. So. Diese hässliche Scheiße hier aktivieren, ey. So zum Kotzen. Boah. Ich mag die überhaupt nicht, ey. Ein Shit hier am Start, ey. Es ist so Mist, ja. Man kann sich nicht aussuchen, was man will. Man muss das alles durchleveln, ja. Ich hätte gerne die Punkte, den nächsten Pass übernommen, zum größten Teil. Und hätte das gern... Ja was. Ja, 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 ja. Nie, ich habe nicht entschieden. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja... Ja, ja. Ja, 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 ja. Arsch explodiert, wenn wir das mal ausmachen. Wir sind bei Farm 18. Geheim, Diggy. It's time. The secret base, bro. The secret base. Give me base, give me more. Yeah. Give me more base, give me more base. Come on, brother. Yeah. Scheiße. Aber wenigstens haben wir noch die Chance, jetzt der gute B zu holen. Come on, suck on a bee. Fuck on a bee. Oh, 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 oh. Fuck on a bee. Immer rein, immer rein. Meine Points. Ich will meine Points haben, Digga. Meine Points. Ich brauche die Shotgun, Colin Fick. Aber ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Nein. 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 Da sind die 500 Punkte weg. Och, nö, ey. I'm from the boys for the bee. It's exclusive, bro. It's exclusive. It's exclusive. Ich hab mal vorhin gemacht, ne? What? 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 What's going on? Man, it is time, it is time, it is time, it is time, fuckers. Oh baby, ich geh hoch zum Pfannen. Der Feind hat Alpha eingenommen. Charlie gesichert. Alpha wird gesichert. Der Feind sichert Charlie. Plasziere Claymore. Der Feind erovert Charlie. Verbündete Plastermine eingesetzt. Die Claymore weg. Nein, ich will die Clamer! Ich bin immer aus Hockey gekommen, wir haben irgendeine komische Stuntgranate reingeballert. Ich bin auf deiner Seite, es hat geprickelt in die Nabel, in die Bauche, es ist awesome! Ding 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 Ding! Von hinterher, und es ist super! So, weiter mal! Granata Pasua, Diggy, Granata! Granana! Geist online! Zielobjekt Bravo gesichert! Der Feind der Robert Charlie! Der Feind der Robert Bravo! Zielobjekt Alphawerk gesichert! Zielobjekt Charlie ist kompromittiert! Zielobjekt Alpha gesichert! Jaaa, warum, warum, Diggy? Warum? Why? What? Na nie! Du bist auf dem? Jaaa, du bist auf dem! Du bist auf dem? Sie können auf dem? Wie ist das? Wie ist das? Wir verlieren Alpha! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acht geht's, das hätte jetzt nicht gedacht, das kam mir tatsächlich diesmal nur mehr vor. Der Feind erobert Acht. Der Feind erobert Bravo. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Der denn hingeguckt? Wo hat der denn hingeguckt gerade, Digga? Das war ja verwirrend. Wir verlieren, Bravo! Achtung! Drohne verlässt das Einsatz! Er bleibt sich an Alpha! Stilobjekt Bravo kompromissiert! Volt ist zurück! Kollege, macht doch platt den Schmutz! Sehr, sehr schön! Sehr, sehr schön! Weg für das Magazin! Alpha wird gesichert! Zilobjekt Alpha wird gesichert! Wir kontrollieren Alpha! Zilobjekt Bravo wird gesichert! Wir verlieren, Charlie! Lege Klamour! Wir erobern, Bravo! Ohhhh! Zilobjekt alle Zilobjekte gesichert! Rechnen mit gegen Angriffen! Zilobjekt wurde als Strike verluft! Zilobjekt alle Zilobjekt... Zum Ende im Verlauf! Der Feind der Robert Bravo unsere Drohne umkreift das Gebiet. na ja gut 4-5 stück rumhandeln bis zum ende Egal, trotzdem geschafft. Es ist Zeit, es muss sein, die Flagge muss sein. Komm schon! So, woher ich geh? Oh, die... Ziele gesichtet! Ziel am Boden! Der Meister Bravo eingenommen! Charlie wird gesichert! Du Mann, Charlie! Der Meister, wie toll erreicht diesen Sektor? Wir kontrollieren, bravo! Sie rennen nach vorne! Weiter so! Charlie wird gesichert! Danke! Der Feind erobert Bravo! Der Feind erobert Alpha! Wir verlieren Alpha! Sie kontrollieren Zeitliebobjekte! Der erobert Alpha! Gott sei Dank! Ich habe mich zwar gefreut über mehr Kills, aber... Was willst du machen? nicht schreiten! Er macht uns da... Sie wird es nicht mehr! Er wird es gut! F begin, kann ich schreit mit dem Fluss zu gehen? Ich bin ein großer, Kürzer, in Schlauern! Ich habe mich gewonnen, hierher... Ich habe mich... erfolgreiche drei operator abschüsse mit claymores da sind doch welche draufgegangen wegen claymores alter ich muss das nicht machen hab trotzdem eine 10.000 oder kriegt nochmal 10.000 kriegt nochmal 10.000 glaube ich verstehe ich nicht also meiner meinung nach habe ich das gemacht neues paket gibt es jetzt erstmal nicht wie ich sehe mein rang ist inaktiv jetzt so überlege ich was ich mache ich glaube ich zog noch eine runde und danach werde ich den stream beenden ich verstehe nicht warum kleo permanent skins bekommt alter warum kleo digga warum nicht luna warum nicht luna ja verstehe ich nicht warum nicht fahrer alter fahrer luna warum warum bekommt ihr nichts das verstehe ich nicht wie ich sehe die German Shock Trooper Also bin ich ja mal gespannt, was der Shock Trooper drauf hat. Bin gespannt, Diggi. It's time. Herrschaft. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Ich gebe dir Rückendeckung. Alpha gesichert. Wir legen in Führung. Lege Claymore. Ich bin getroffen. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Holt es zurück. Wups. Ah, scheiße. Woanders hingeguckt. Oh. Oh. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Lege Claymore. Oh, der ist so. Charlie wird hier. Bitte. Oh. 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 Mega, das war knapp, das war knapp. Nanananana, das ist MacLennium, MacLennium geht immer ab, was sieht aus, süß so. War ja klar, wenn ich das sage kriege ich den rein. Nein, es ist immer, es ist immer, es ist immer. So geil. Die schöne MP, Diggi, it's time. It's time, brother, it's time. Oh, sogar mit dem Ding erwischt. Woah. It's clean, bro, it's clean. Was ist das denn, Junge? Was war das denn? Was war das denn da? Guck mal von der anderen Seite rein. Guck mal nach rechts, kommen sie von links. Guck mal nach links, kommen sie von rechts. Guck mal nach oben, kommen sie von unten. Guck mal nach unten, kommen sie von oben, Diggi, oder von links, oder von rechts. Charlie wird gesichert. Der Feind sichert alpha. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Hol sie zurück, Charlie gesichert. Der Feind eraubert Charlie. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Der Feind eraubert Alpha. Zielobjekt Bravo gesichert. Feindliche Drohne über uns. Zielobjekt Alpha ist kompromissiert. Kommt der nasse Dicke rein und trotzdem es geht nicht rein, es geht nicht rein, die Scheiße geht nicht rein. Muss das sein? Weiß ich nicht. Finde ich nie so toll. Er ist hart. Er ist dick. Er ist hart, Digger. Ein harter Digger. Nix. Warte Digger, woher kommt der? Oh Digger, come on. Was ist denn los, Diggi? Was ist denn los? Wo geht's denn los? Ja, er kriegt seine Kills durch so ein Dinger hin und ich durch manuell schießen, Alter. Manuelles Schießen. Ich hab einen ausgeschaltet. Ja. Wechsle das Magazin. Platziere Kleero. Ich hab einen ausgeschaltet. Errober zieht. Er тебя, der Sieg, dass du mitbeißt. Ist mir gut da brainstorm. Oh, ich hasse das. Nein, nein. Soll ich da weg, die Points sind weg. Was soll man da machen, Alter? Ich bin ja schon top, aber mein Team ist scheiße. Mein Team ist scheiße, Mann. Warum komme ich immer ins Scheiß-Team? Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt noch Protection machen oder was? Wow, der chillt ja ordentlich. Aber mal, wenn der da bleibt, dann weiß er doch, wo er ist. Komische Leute. Hat nicht gebumst, Digga. Es hat nicht gebumst, nicht gebumst, nicht gebumst, Digga. Gebumst! Wo ist die Bumse? Wir wollen gerne wissen, wo die Bumse ist, Digga. Auf sechs Uhr. Von hinten. Von hinten. Gebumst! Es ist heiß! Es ist heiß! Komischerweise, keiner an Fenstern. Alter, jetzt sind zwei an der Tür und einer am Fenster. Das ist doch nicht normal. What the fuck, Bro? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Habe ich auf seinen Kopf geschossen? Kam mir nicht so vor. Ja, wieso sieht der so aus wie so'n Panzer, Alter? Was denn da los? What's going on, Bro? Oh, what's going on? Habe ich nicht vergessen, Digga. Oh Gott sei Dank. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht hab. Oh, sind ja tot. Nein! Oh, traurig. Das Team war wirklich schlecht, Alter. Von den Eroberungen her, von den Abschüssen her, Verteidigungen, war alles schlecht vom Team. Okay, dann holen wir jetzt noch dieses eine Token und dann ist fertig, Alter. Das schockt, Digga. Das schockt wirklich. Ja, also das mit den Claymores ist verbuggt. Das funktioniert nicht. Äh, glaube ich zumindestens. Ja, regnet auch noch die ganze Zeit. Da, äh... Nicht so schön, Digi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 500 points. Und das ist das Wichtigste. 500 points, bro. Wow, es ist Zeit. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren Charlie. Wir erobern Alpha. Der Zielobjekt Alpha wird gesichert. Der Feind erobert Bravo. Zwei Zielobjekte gesichert. Hä? Hä? Sag mal. Nein! Nein! Nachladen. Nachladen. Eine Sekunde zu spät. Eine Millisekunde zu spät, Digi! It's too late, bro, buddy. I'm back. Und schon wieder weg. Und schnell wie ich gekommen bin, bin ich auch wieder in Gang. Ich bin deine Deckung. 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 Und jetzt. Überraschung. Surprise, motherfucker! Schocker. So. Wo ist er denn? Afk. Bobby. Nein, 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 nein. Oh, ich habe eine 4, Digi. Ich bin deine Deckung. Ich bin deine Deckung. Warte mal, was ist denn da? Ich bin deine Deckung. Einschlag, Mutter selber. Surprise, Bro! Surprise, Bro! Ja, wusste nicht von wo er kommt, Alter. Er war total erstaunt. Flauen wir nach! Wir verlieren Charlie. Jetzt ist es knapp, jetzt ist es knapp. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal bitte verrecken, könnt ihr mal bitte verrecken. Für Max7, you know. Ich bin sonst down, ne? Krass, so lange überlebt, dass ich hier per Mal am Bratzen bin, ne? Es ist immer so, wenn man es schafft, so nachzuladen, geht man danach drauf, es ist immer so. Mal gucken, ob wir einen Jet zünden können, oder? Na, könnte gehen. Verstanden, Barrow Dex unterwegs für Erfolge. Ich habe nicht so was gespürt, aber... Oh, ich habe keinen Schock bekommen, ich konnte gar nicht so hart nach rechts mit der Waffe, ey, weil ich so im Schock war, digga. Springt der mir ins Gesicht, digga, das ist unbelievable. Oh, ich habe keinen Kopf getroffen. Immer wieder überraschend. It's the surprise, bro, it's the surprise. Seid froh, dass ich dich nicht hingerichtet habe, Bruder, seid froh. Ich habe es gesäubert, ihr Schwachmaten, Alter. Junge, 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 hier, Pro Gaming, McAlanion, die geht es nahm. Ich bin auch gut im Sichern, weißt du? Profi, Sicher-Service, Digga, it's time, hey, it's time. Chili, Vanille, Checky, Checky, Alter. Extreme Checky. Ah, der war nicht gut, Bruder. Ah, der war nicht gut. Er war nicht gut. Ich weiß, die kommen gleich von hier, glaube ich. Sido, Sido, Shaka-Buff, fuck die. Das ist hart, Digga. 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 Oh, Samuel-Jackson. Auf der Rocket. Du hast es angefangen, Digga. Es ist Zeit. Beautiful shot, Bro. Beautiful shot. I love you. Easy. McLaneum hat gesichert. Team. 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 Wir können doch gewinnen, Alter. Wir haben einen Vorsprung. Team. Ihr müsst auch mal was riskieren, Digga. Ihr müsst riskieren, Junge. Wo ist mein Team? Warum rennt das nicht hinter mir rein, denn? Was ist das, Alter? I'm on B, Bro. Great, Digga. Wow. Er hat es drauf. Wir können noch verlieren, wir können noch verlieren. Ah, es ging nicht anders. Wir sind im Arsch, Digga. We are Nass, Bro. We are Nass. Time. Habe ich einen Schock bekommen, ey. Schocking Schock, Diggi. War nur am Leben. Ich habe gedacht, der ist down. Es sind gleich mehrere, die an der Scheißmauer kämpfen. Das geht doch nicht, Junge. Wir sind so im Arsch. Wir sind so im Arsch, Alter. Ja, mir müsste schon mein Fingernagel auf. Wir müssen C holen. Wir verlieren die Runde. Ich bin mir sicher, wir verlieren die Runde. Weil, ähm, mein Team nicht rusht. Und, naja, wir können auch keine Ansagen machen, ne. Jetzt ist wiederum wahnfrei. Na, doch nicht so wahnfrei. Na, doch nicht so wahnfrei. Ja, das Problem ist, mein Team müsste jetzt erobern. Wir verlieren schon wieder alles. Ja, ich mache die meiste Arbeit hier, habe ich das Gefühl. Eroberungen definitiv. Der Rest hat keinen Bock zu erobern, sage ich. Alpha gesichert. Alpha gesichert. Find contact. Hier ist ein Feind mit der Kessler. Wir verlieren den Alpha. Ah, bringt alles nix. Der tut ja nix mehr. Ganz bringer ist der AFK, Alter. Wir verlieren am Boden. Ich habe mal Glück gehabt, Alter. Ich sehe keine passende Meldung für negativ Team bei einem Person. Ah, jetzt haben wir verloren. Ich erobere trotzdem nochmal. Und gebe alles. Aber es wird nicht reichen. Ja. Weil ich schon wieder eins der beschissensten Team habe, die überhaupt existieren. Geht nicht halt, ne? Was willst du machen? Guck dir das an. Pass auf, die Statistik. Achtung. Tada. Das meine ich, Digga. Das meine ich. Die Eroberungen fehlen. Die Eroberungen. Viel zu wenig erobert. Alles rum, die Eiere. Die ganze Zeit rum, die Eiere, Alter. Das ist total innernachsuchtabel. Ich hoffe, dass ich jetzt eine Münze bekomme. Ich habe meine Münze nicht bekommen. Weil ich nicht performen konnte, so richtig wegen dem Team, Alter. Da verlierst du den Glauben an die Menschheit, ey. Ich sage es so wie das. Maculennium 7. Der beste Stream aus Berlin. Magic. Mystery. Awesomeness. Mach ich jetzt wieder eine Pause. Beziehungsweise erstmal den Stream aus. Bis eventuell heute Abend. Beziehungsweise später. Vielleicht sogar mit einem anderen Game. Weiß ich nicht zu 100%. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Grüße, Farmboy. Grüße. Das ist ein holler SphanYA. Herr Schiet. Chapter 3 Vielen Dank.